Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wir starten in den nächsten 100, Folge 101. So, wir werden jetzt hier ein bisschen weiter dekorieren. Ihr habt gestern schon einen Kommentar bekommen. Hori Seeshu, komm, jetzt kommt die nächste Folge nur noch Deko. Ich werde schauen, dass ich immer mal wieder auch normal baue, damit es nicht zu langweilig wird für diejenigen, die jetzt nicht so in der Dekosache aufgehen wie ich, sage ich jetzt mal. Ich bin da ja doch schon so ein bisschen spezieller, das gebe ich ja offen und ehrlich zu. Muss ich mal gucken. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes hinstellen? Ich war gefragt worden, ob ich hier nicht diese Soldaten reinstellen kann. Prinzipiell eine gute Idee. Ich muss nochmal noch gucken. Ich finde, das ist ja jetzt wirklich mehr Piraten. Die Soldaten sind ja eigentlich die Gegenspieler gewesen, der Piraten. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das denn dann jetzt hier genau mache. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Habe ich hier nicht noch irgendwas, was ich hinbauen kann? So ein, so ein, so ein, so ein... Da kommt mir doch eine Idee. Und zwar diese hier. Können wir das hier nicht noch oben drüber machen? Das ist ja eigentlich nicht oben drüber. Oben drüber sieht das ja eigentlich anders aus. Das wären ja falsch. Normalerweise. Das würde ja eigentlich nicht passen. Schwierig. Wenn ich das jetzt hier so... Das muss ich einen Ticken zur Seite verrücken. Aber das ist generell... Ähm, ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Dass wir hier so in das Schiff reinbauen. Das finde ich eigentlich gut. Ich hoffe, das passt auch. Nicht, dass wir hier jetzt das durchbauen und man stößt da an. Aber es sollte eigentlich passen. Es sollte eigentlich knapp passen. Ähm... Ja, doch. Das sieht eigentlich positiv aus. Vielleicht sollte ich aber nochmal... Wisst ihr was? Wir starten gerade mal eine Testfahrt. So. Initialize Test. Komm, wir fahren nochmal mit. Und diesmal speed ich das auch nicht, weil ich hatte nämlich in der letzten Folge eine Nachricht bekommen, dass das nicht so gut angekommen ist, wenn ich das speede. Ähm... So. Gut. So, da hat sich wohl gerade mein Aufnahmeprogramm verabschiedet. So, wir starten Test Nummer 2. Und fahren nochmal rauf. Oh. Ich sollte natürlich auch das Spiel starten. Okay. Eigentlich müssen wir ja gar nicht die ganze Bahn fahren. Wir können ja warten, bis der hier vorne irgendwo ist. Wenn der so da hinten rumfährt, dann haben wir immer noch locker, locker, locker Zeit dafür eigentlich. So, wenn er da durch diesen... Durch diese Rolle durchfährt. Ähm... Hier kommen definitiv noch ein paar Palmen hin. Vielleicht können wir hier auch eine so ein bisschen schräg noch drüber bauen über das Boot. Die darf aber nicht zu nah dran sein. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja. Da haben wir nämlich das Problem schon. Okay. Das Platzproblem. Kriegen wir es hier irgendwie unter? Tja, es hat ja also die Palme hier, die, die... So, jetzt müssen wir mal langsam uns reinsetzen. Zack. Hui. Ach, die ist so cool, die Bahn. Da sieht das überhaupt nicht so hoppelig aus, wenn man drin sitzt. Ach, Mann, oh. Veräppelung hier. Das ist die komplette Veräppelung. So. Ach, schön hier auf den Sonnenuntergang. Ach, wie romantisch. Eine romantische Achterbahnfahrt. Mhm. Okay. Und? Es passt. Es passt knapp, aber es passt. Aber wir müssen hier noch was tun. Wir müssen hier definitiv noch eine Bremse mehr einbauen, denn das hier reicht nicht. Das ist... Wir sind immer noch zu schnell. Friktionsbremsen. Das sollte jetzt aber eigentlich passen. Ich lasse ihn einfach mal weiter seine Runden drehen und hier durchgondeln. Können wir hier vielleicht... Irgendwie passt hier sowas rein? Was haben wir denn hier? Feuer wollte ich eigentlich jetzt hier nicht unbedingt reinpacken. Ähm, das hier ist... Wir könnten das natürlich auch machen, dass das brennt. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht, dass das Schiffswrack brennt. Aber es sieht vielleicht cooler aus. Das sieht vielleicht cooler aus. Na, mach mal hier noch so ein bisschen hier so... Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, wo ist denn hier der Qualm? Smoke. Smoke small. Smoke medium. Ja, doch. Das ist... Das ist Smoke large. Echt? Das ist Smoke large? Aber das sieht jetzt eigentlich nicht aus wirklich wie eine... Ich tue mich damit gerade so ein bisschen schwer, weil das eigentlich so nicht aussieht, wenn irgendwo so ein Schiffswrack liegt. Aber es sieht schon cool aus. Es sieht schon cool aus. Ja, so geht das. So ist das in Ordnung vom Tempo, wie die da reinkommen. Ich würde sagen, wir lassen das ja einfach mal so. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. So. Ähm. Was wir hier definitiv auch brauchen, sind Steine. Da könnte man hier vielleicht welche hin machen. Wo ist eigentlich hier unser lieber Herr Pirat? Und das wäre schön, wenn der hier hinten mal rumlaufen würde und ein bisschen für Stimmung sorgt. Immerhin ist das hier ja der Piraten-Bereich. Ich bin gespannt, ob man das machen kann im späteren Verlauf, dass man Entertainern ihren Bereich zuweist. Ähm. Ging... Ich weiß es nicht, ging das, ging das, ich glaube, bei Rollercoaster-Tacoon ging das, dass man dann eben die Wege anklicken konnte, wo dann der Entertainer rumlaufen sollte. Für jeden Einzelnen. Ähm. Das war dann nämlich ganz cool eigentlich. Dann konnte man wirklich gucken, dass entsprechend dem Themenbereich dann auch die passenden Typen darum gehüpft sind. So. Einmal da. Und zack. Und das hier machen wir hier noch so hin. Das ist so. Wollen wir hier gucken, dass wir hier das vielleicht noch so machen? Ja, das ist doch... Hoppala, wir haben uns in einem Baum verfangen. Nein! So ist das doch eigentlich gut. Jetzt kommt er aber definitiv noch so irgendwie so ein bisschen, dass das aussieht, als ob hier Seegras drauf wachsen würde. So. Ähm. Das können wir doch hier bestimmt auch irgendwie dran klatschen. Eigentlich ist das total sinnbefreit. Weil wenn das hier brennt, dann sollte da eigentlich schon länger kein Seegras mehr dran sein. Das muss ich aber sowieso nochmal umplatzieren, fällt mir gerade auf. Denn das passt so nicht. Ich muss das drehen. Ja. So passt das doch. Wie gesagt, das ist halt jetzt eigentlich ein bisschen blöd. Blödsinnig, wie ich das hier gebaut habe. Aber whatever. So, hier bauen wir so ein Pelmchen rein. Ein Pelmchen rein in den Stein. Oh mein Gott. Jetzt haben wir... Jetzt sind wir aber soweit. Wenn ich anfange zu reimen, dann ist alles vorbei. Na, ich will das nicht so. Mensch. Ähm. Es wäre ganz schön, wenn ich nicht unbedingt die Palme so hinstellen müsste, dass die Meter weit auf den Weg ragt. Das ist mir eigentlich jetzt schon so zu weit. Es ist gerade noch so okay, aber es hätte jetzt... Anders wäre es vielleicht schöner gewesen. Schade, dass wir hier noch keine Bänke haben. Ich hätte hier so gerne Bänke hin. Das wäre super, wenn das schon gehen würde. Aber das geht halt noch nicht. Aber das wird garantiert noch kommen. Also ein Park ohne Bänke, das wäre ja was. So. Das hier mag ich schon mal ganz gerne. Guck mal, jetzt haben wir schon mal was gemacht, was nicht hier mit der Bahn, mit der Station zusammenhängt. Ich wollte ja nicht die ganze Zeit hier nur mich mit der Station beschäftigen. Haben wir hier eine Palmenallee? Allee. Allee. Das passt nicht dahin, aber egal. Da habe ich ungünstig gebaut dafür. Das kriege ich anders nicht unter. Oh no. So, stellen wir dann noch was hin. So, jetzt haben wir das hier. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Ich mag's zumindest. Also ob das alles hier erklären würde, ob das das Heilmittel wäre. Ich mag's. Also noch so ein Stein wäre hier vielleicht. Wir sind hier so an der Küstenregion. Die Klippen haben wir hier. Die Klippen haben wir hier. So, das hauen wir da noch hin. Man darf nur... Ich bin irgendwie bei sowas manchmal ein bisschen zu... Ich haue immer so extrem viel dahin. Weil ich mich immer nicht entscheiden kann, was ich mache. Aber ich finde bei manchen Sachen, die Natur ist halt auch schon mal unaufgeräumt. Und von daher passe ich eigentlich prima rein. So, und hier unten vielleicht noch. So in die Richtung. Und hier machen wir den Abschluss von dem Schiffchen. Von dem Bötchen. Machen wir hier noch, dass er so ein bisschen auf dem... Auf den Stein quasi aufgelaufen ist. So sieht das doch eigentlich gut aus, oder? Hm. Also ich nehme natürlich Verbesserungsvorschläge gerne an. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter Anfang hier für unser Theming. Ich würde mich aber auch damit für heute verabschieden. Nächste Folge könnte man eigentlich die Bahn langsam schon mal öffnen. Mal gucken. Dann werden wir bestimmt noch mal in der Kleinigkeit was anderes bauen. Damit ich eben hier nicht nur die ganze Zeit mit der Szenerie mich beschäftige. Und euch langweile. Also Lieben, für heute war's das. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.